Zu einem Großeinsatz kommt es am Montagvormittag am Frankfurter Bahnhof. Laut Polizei werden ein Junge und dessen Mutter gegen 10 Uhr vor einen einfahrenden ICE am Gleis 7 gestoßen. Während sich die Mutter noch retten kann, wird ihr Sohn von dem Schnellzug überrollt, sagt eine Polizeisprecherin. Der 40-jährige Mann wird festgenommen. Passanten beobachten das Unglück und rennen dem fliehenden Mann hinterher. Noch im Bereich des Bahnhofs kann er festgenommen werden. Der Mann sei der Aussage laut einer Polizeisprecherin afrikanischer Herkunft. Laut Polizeiangaben will der Afrikaner eine dritte Person ins Gleis schubsen. Diese kann sich allerdings noch wehren. Am Bahnhof kommt es zu einem massiven Polizeieinsatz. Auch auf den Bahnverkehr hat der Vorfall Auswirkungen. Vier Gleise werden gesperrt.